Viktor Hamburger, 12. Juni 2001 in St. Louis, war ein deutscher Entwicklungsbiologe und Pionier der Neuroembryologie. Leben und Wirken Hamburger, Sohn einer Kaufmannsfamilie, studierte Zoologie in Breslau, Heidelberg und München und ging 1920 an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zu Hans Spemann. Wo er 1925 mit einer Arbeit über den Einfluss des Nervensystems auf die Extremitätenentwicklung bei Fröschen promoviert wurde. Nach Assistenzjahren bei Alfred Kühn in Göttingen und Otto Mangold in Berlin kehrte er als Privatdozent nach Freiburg zurück. 1932 konnte er durch ein Stipendium der Rockefeller Stiftung zu dem Zoologen Frank Hartrellilie an die University of Chicago gehen. 1933 wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft in Freiburg entlassen, wodurch ihm eine Rückkehr nach Deutschland verwehrt war. Ihm gelang jedoch eine wissenschaftliche Karriere in den USA. 1935 wurde er Assistenprofessor, 1941 Professor und Chairman des Departments für Zoologie an der Washington University in St. Louis, wo er bis nach der Emeritierung 1969 blieb. Hamburgers bekannteste Arbeit mit über 4000 Zitaten, eine der am häufigsten zitierten Publikationen in der Biologie, ist eine detaillierte Beschreibung der Entwicklungsstadien des Hühner-Embryos. Diese als Hamburger Hamilton-Stadien bezeichnete Stadieneinteilung wird auch heute noch von Entwicklungsbiologen verwendet. Große Bedeutung hatten seine Arbeiten zur Identifizierung des Nervenwachstumsfaktors. Rita Levi-Montalcini und Stanley Kohn erhielten für diese in Den 1950er Jahren in Hamburgers Labor durchgeführten Arbeiten 1986 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. 1953 wurde Hamburger Mitglied der National Academy of Sciences, 1959 der American Academy of Arts and Sciences. Er erhielt Ehrendoktorwürden der Washington University, der Universität Uppsala und der Rockefeller University. 1983 wurde er mit dem Luisa-Groß-Horwitz-Preis, 1989 mit der National Medal of Science geehrt und 1985 erhielt er den Ralf W. Wsera-Preis. Der Architekt Rudolf Hamburger war sein Bruder. Schriften V. Hamburger Manual of Experimental Embryology University of Chicago Press 1942 V. Hamburger The Heritage of Experimental Embryology Hans Spemann and the Organizer Oxford University Press 1988 ISBN 019-505110-6 V. comb мех MGM V. Mehren